Applaus Ja, das 40. Schweriner Doppelturnier im Badminton ist jetzt Geschichte. Das Turnier hat seine Tradition schon zu DDR-Zeiten gehabt, hat nach der Wende einmal ein Jahr ausgesetzt. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, welches Jahr es war. Wir haben aber dann wieder fortgesetzt. Wir erwarten jedes Jahr zahlreiche Teilnehmer aus vielen Bundesländern, zum Beispiel aus Brandenburg, aus Schleswig-Holstein, Hamburg, aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und natürlich auch aus Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr haben wir auch wieder vordere Plätze belegt. Das war nicht in jedem Jahr so. Wir haben zum Beispiel das Damen-Doppel-A gewonnen. Zwei Spielerinnen aus unserem Verein haben diesen Wettbewerb für sich entschieden. Wir haben im Damen-Doppel-A auch Platz zwei zu einem Teil belegt. Eine ehemalige Spielerin von uns hat mit der einheimischen Daniela Georgis Platz zwei geholt. Und wir haben auch zwei vierte Plätze zu verzeichnen. Das ist einmal das Herren-Doppel-B, Jürgen und Harald Pasch. Und im, weiß ich nicht mehr, wo haben wir noch im vierten? Ah, im Herren-Doppel-A. Und nochmal Platz vier mit Klaus-Jürgen Papke und Franz May. Wir haben sogar eine doppelte Siegerin, das habe ich jetzt noch vergessen. Und zwar Antje Naik hat nicht nur das Damen-Doppel gewonnen, sondern sie hat auch mit Klaus-Jürgen Papke das Mixt in der A-Konkurrenz gewonnen. Die A-Konkurrenz ist etwas höher gestellt als das B-Turnier. Im A-Turnier sind Spieler spielberechtigt, die in der obersten Liga des Landes spielen. Darüber hinaus Spieler aus der Oberliga und der Regionalliga. Und im B-Turnier treffen sich alle Spieler, die in den Spielklassen auf Landesebene unter der höchsten Spielklasse sich messen. Vom Federball nun zum Nachdrucksfußball. Wollt euch einen Ball. Da vorne ist ihr hier im Dreieck. Spielt euch einen Ball zu. Auswärts, komm! Weiter! Erstmal nach hinten, wenn du nicht vorne kannst. Vorwärts, auswärts, und auswärts, Antje Naik. Erstmal nach hinten, lass mal den Seck geht. Lass mal den Seck geht. EINE! Händere, komm! Ehrlich, 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 Jürgen! Bist du auf deiner Zeit, Jürgen? Hände oder ab da. Jawohl! Jürgen! Lenni! Lenni! Jürgen! Vorne, ja, Wolfen, Juli. EINE NUR! E Called, und Ehrlich! Jürgen! Die Ehrlich, Ehrlich! implants mut so Komm herren, geht zum Mann herren! Lennie, Lennie! Lennie, Lennie! Ich will das nicht. Juhi, hast du dich! Lennie, Lennie! Komm, alle! Hände nochmal! Komm herren! Komm herren, Lennie! Komm herren! Lennie, Lennie! Lennie, Lennie! Lennie, Lennie! Das ist es! Ja, 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 ja. Warte! 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 Juli steht vorne! Juli! Jawoll! Fabian! Das ist der Däule, aber das ist gut. Nur das Fahrt! Dein Fahrt! Auslös! Auslös! Achtung! Juli! Weiter Juli! Hör auf, Patentius, auf Freimand! Juni, alleine. Juni, alleine. Juni, allein. Juni, allein. Jetzt, wo bist du? Verdi, wirklich, komm her. Nein, rechts ist weiter Fabi. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! Halb ran! Erinn! Nein, nein, nein! Schreien! Oh! Jetzt kommt es! Ja! Jetzt aber hin! Na los! Jetzt ran! Jetzt kommt es keiner! Sehr schön! Auf! Nein! Juni! Die! Juni! Sehr schön! Warte, warte, warte! Jetzt geht's! Jetzt rein! Jetzt, jetzt frei! Jetzt, jetzt frei! Warte! Jundig, weg! Da habe ich mehr Ruhe. Da habe ich mehr Ruhe.